Heute kann ich Ihnen die große Freude machen und auch mir die große Freude machen, endlich meine Energiekarten vorzustellen, die schon seit drei Jahren in Vorbereitung sind. Fühlt sich ein Mensch in bestimmten Situationen handlungsunfähig und überfordert, dann helfen die Energiekarten, um Klarheit zu schaffen. Voraussetzung dafür ist zu verstehen, was bestimmte Themen für uns bedeuten und was sie in uns auslösen und was sie mit uns machen. Ich würde mich sehr freuen, wenn Sie sich für diese Themen interessieren, um letztlich für sich selber frei und locker zu werden und ihr Leben genießen zu können.